Willkommen zur Storywelt. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Storywelt. Ich bin euer Host Alban. Heute möchte ich mit einer kleinen Story in dem Podcast starten. Und zwar geht es so. Mein Großvater lief jeden Tag 10 Kilometer zur Schule. Mein Vater lief 5. Ich fahre einen VW. Mein Sohn fährt einen Mercedes. Mein Enkelsohn wird in einem Ferrari fahren. Und mein Urenkel, der wird wieder laufen. Und dann habe ich ihn gefragt, warum ist das so? Und er sagte, schwierige Zeiten kreieren starke Männer. Starke Männer kreieren einfache Zeiten. Einfache Zeiten kreieren schwache Männer. Und schwache Männer, ja, die kreieren wiederum schwierige Zeiten. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir unseren Kindern beibringen zu kämpfen, niemals aufzugeben und vor allem immer dankbar zu sein für das, was man hat. Und natürlich erzähle ich euch diese Geschichte jetzt nicht nur einfach so zum Spaß, denn ich habe heute hier jemanden zu Gast, der sich selber auch sehr viel aufgebaut hat, die ein oder andere Herausforderung in seinem Leben auch schon gemeistert hat. Und heute als ein sehr erfolgreicher Unternehmer dasteht, Vorstand von Deutschlands viertgrößtem unabhängigen Finanzdienstleister Valunik und gemeinsam mit Frau Elisabeth als Investor an einigen Unternehmen und Startups beteiligt. Ladies and Gentlemen, begrüßt bitte ganz herzlich mit mir Jörg Künzl. Servus. Hi, ich freue mich, dass ich da sein kann. Jörg, ich freue mich auch. Deine Geschichte, Unternehmer, Investor, das klingt ja immer sehr nach, also beim ersten Hören so nach Bilderbuch, Abi, Uni, MBA, Unternehmensberatung. Genau meine Geschichte, ja. Unternehmer, es ist ja bei dir genau das Gegenteil, wobei genau das Gegenteil kann man jetzt nicht sagen, aber in Anführungsstrichen, ich sage das jetzt extra so, nur irgendwie Realschule und dann Ausbildung. Ja, nur Realschule, Ausbildung gemacht, genau. Und dann abgerutscht in die Finanzdienstleistung. Okay, wieso abgerutscht? Ach, das ist so mein Running Gag, also in der Anfangszeit, als ich in die Finanzdienstleistung bin, haben alle immer gesagt, ich habe früher Schuhe verkauft, ich war Schuhverkäufer, ist hier in Nürnberg, wir nehmen ja hier den Podcast in Nürnberg auf, auch bekannt, Schuhmücke, aus Kulmbach und dann war ich immer Elbandi und dann bin ich in die Finanzdienstleistung abgerutscht und wurde Elbandi in der Finanzdienstleistung und ein paar Jahre später mache ich halt meine Späßchen drüber. Das ist ein bisschen Ego-Thema, weil das hat natürlich am Anfang schon wehgetan, ganz normal. Aber ja, heute ist das halt so. Ist das etwas, was du sagst, das hat dich auch geprägt, dass du jetzt nicht diesen typischen Weg gegangen bist, den man heute ja, das ist ja heute vor allem, gut, Social Media trägt natürlich sein, trägt noch dazu bei, dass man oftmals sich vergleicht mit diesen wirklichen Bilderbuch-Sinderella-Stories, also Leuten irgendwie 1-0, Abi, dann Uni und Elite-Uni und so weiter. Auf der anderen Seite zeigt ja deinen Karriereweg dann auch, also so muss es ja nicht laufen, es kann dann sein. Wenn du jetzt darüber zurückblickst, ist das eher was, woraus du Kraft ziehst oder dann doch irgendwas so, wo du sagst, ja, vielleicht hätte es auch anders sein können? Naja gut, ich glaube, diese Frage stellt man sich ja immer im Leben. Also jeder Mensch, in welcher Phase auch ist, fragt sich, warum muss ich diese Härte des Lebens spüren? Also wäre es nicht leichter gegangen, hätte ich nicht ein Lotto gewinnen können oder hätte mein Papa ein Unternehmen aufbauen können? Natürlich habe ich mich das auch öfter gefragt und ich meine, ich habe halt lernen dürfen in den letzten 20 Jahren oder auch länger, dass das meistens irgendwelche Sternschnuppen sind, die gezeigt werden. Du hast irgendwelche Bilderbuchkarrieren und die werden dann durch die Presse oder durch die Medien nach vorne gelegt und dann verglühen die aber genauso schnell, wie sie das Leuchten begonnen haben. Deswegen sage ich dazu immer Sternschnuppen. Unternehmen, die über Jahre hinweg und über lange Zeit ein gewisses Maß an Erfolg auch haben, also definierten Erfolg von außen, nicht von hinten, sondern von außen, die sind meistens nicht schnell entstanden. Das war meistens ein sehr langer Weg. Und was vor allem auffällt, ist, dass die Menschen nie hinter die Kulissen schauen. Also sie gucken halt, ich bin jetzt heute hier zum Beispiel, das soll jetzt nicht rumgeprollt sein, aber ich bin heute mit meinem Auto hierher gekommen. Das ist ein sehr auffälliger Wagen, das ist ein sehr großer Wagen, das ist ein Rolls-Rolls-Kallinen jetzt hier durch Nürnberg, da ist man schon aufgefahren, okay, so viel fahren hier jetzt nicht rum. Und dann sehen die Leute halt dieses Auto und dann bewerten die das von außen. Also ich glaube, wenn jemand von außen jetzt das Auto anschaut, sagt er, cool, ich meine, ich bin jetzt noch keine 100 Jahre alt, also ich fühle mich noch jung. Du wirst sagen, alter Sack, aber grundsätzlich fühle ich mich noch jung. Und dann sieht man, Mensch, aber die sehen ja nicht die Arbeit dahinter, man sieht ja nie, was da an Leistung dahinter ist. Und wenn jetzt Menschen das bewerten oder wenn auf Instagram oder so mir Menschen folgen oder YouTube-Kanäle gucken und ich fliege da von A nach B oder so, dann sehen die einen Bruchteil meines Lebens und so ist es aber immer. Also erfolgreiche Menschen werden immer in Bruchteilen ihres Lebens bemessen und dann muss man halt sein Bild dahinter sich suchen oder halt nicht. Und dann wirkt es halt so, als wenn alles ganz, ganz schnell geht und darauf definiert man dann sein eigenes Leben und sagt so, oh Mann, warum ist es bei mir alles so schwierig? In Wirklichkeit ist es bei allen schon schwierig. Ja, da ist viel Wahres dran. Ich spreche ja auch regelmäßig mit vielen Menschen und so. Der constant struggle, das ist schon eine Konstante im Leben bei vielen. Die große Aufgabe ist, damit umzugehen und das zu akzeptieren oftmals. Und das ist so ein bisschen so meine Erfahrung. Ich habe ja gegründet, nicht allzu lange her, vor zwei Jahren, und mein Gedanke damals war immer so, ja okay, ich gründe jetzt erstmal. Und dann so, das erste Büro ist der Meilenstein oder der erste Mitarbeiter, der wird mir so viel Arbeit abnehmen und danach wird es alles super easy und so. Das ist genau das Gegenteil quasi. Man wächst natürlich auch immer mit seinen Meilensteinen, mit seinen Herausforderungen, aber es wird nicht weniger. Genau, es wird anders. Du hast andere Herausforderungen, du hast andere Größenordnungen, über die du nachdenken musst. Ich vergleiche das immer so, wenn Menschen mich fragen, wie ich mit Herausforderungen umgehe, dann ist es für mich wie ein Berg. Du gehst über diesen Berg und sagst, okay, ich muss mir einen Weg suchen über den Berg drüber und ich muss einen Weg suchen auf der anderen Seite wieder runter. Das Interessante an Herausforderungen ist, dass sie wachsen. Also ich bin über einen Berg drüber und ich weiß, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ich habe heute Herausforderungen zu lösen. Das ist eine Akzeptanz in meinem Leben, die ist einfach da. Aber ich merke auch, dass ich viele Herausforderungen gar nicht mehr merke, weil wenn du einmal über den Berg drüber bist, dann bist du einmal drüber gelaufen, du weißt ja, wie es funktioniert und auf einmal spürst du den gar nicht mehr. Und das Spannende ist, wenn ich jungen Menschen, wenn die dann bei mir sitzen und Fragen stellen und so, immer die gleiche Frage, wie gehst du mit Herausforderungen um? Und was für viele so verrückt ist, ist, dass sie nicht erkennen, dass die Herausforderungen nicht weniger werden, sondern es werden andere Herausforderungen und das muss erst mal in den Kopf rein. Aber am Anfang ist es so, Mensch, wenn das jetzt meins wäre, du hast einfach einen anderen Blickwinkel auf die Situation. Ich glaube, im Laufe der Zeit ist dann die Frage, wie gehst du mit den Blickwinkeln um? Naja, total, total. Du hast dann, wie du gesagt hast, Schuhverkäufer und dann Handelsvertreter, dann quasi, und du hast ja generell einen sehr starken Vertriebs-Background. Ich habe ja gerade erzählt, ich habe selber auch gegründet und ich bin auch in Start-up-Netzwerken und Initiativen und Programmen dementsprechend auch gut vernetzt. Das Thema Vertrieb ist schon eigen. Das ist etwas, das hat sich meiner Meinung nach auch sehr stark verändert in der letzten Zeit. Das klingt natürlich immer so nach einer Froskel. Generell verändert sich natürlich alles. Aber was ich meine ist so, und das ist vielleicht auch so ein Generationending, dass sich auch die Bereitschaft, wenn man ein Vertrieb nimmt, denkt man sofort an Cold Calling und Face-to-Face und Leute, die sich auch nicht zu schade sind, irgendwo mal hinzufahren und zu machen und auch mal jemanden anzurufen, wo man vielleicht auch vorher gar nicht so weiß, was macht der eigentlich und wie läuft das? Sondern ja, hier, pick up the phone. Also geh, nimm einfach mal den Hörer in die Hand und mach mal. Wie ist das bei dir? Wie hast du solche Skills entwickelt? War das für dich am Anfang eine Herausforderung, zu sagen, so diese typischen Vertriebs-Skills, die eignet man sich an oder wie geht man am besten vor? Ja, also tausend Prozent. Ich habe alles durchlaufen, was Vertrieb angeht. Ich meine, ich habe Schuhe verkauft. Das ist an sich, wir haben hochwertige, sehr hochwertige Schuhe verkauft. Es ging um die Umschlagshäufigkeit. Wie viele Schuhe verkaufst du an einen Kunden, der da reinkommt? Also kauft der einen oder kauft der zehn? Das war so das Thema. Dann bei Finanzdienstleistungen ist immer die Frage, bei Schuhen war es so, die sind zur Tür reingelaufen und ich konnte ihm was verkaufen. Bei der Finanzdienstleistung hatte ich keine Tür, wo eine reinläuft. Für mich war das immer ein Riesenvorteil, weil ich gesagt habe, ich muss eben nicht mich darauf verlassen, dass Menschen kommen, sondern ich kann selbst etwas dafür tun, dass ich Menschen bekomme, die meine Dienstleistung schätzen wissen. Aber das ist natürlich schon herausfordernd, weil du musst ja permanent dafür sorgen, dass du Menschen hast, die du ansprechen kannst. Und da entwickelt sich gerade auch die Zeit einfach weiter. Ich habe gerade die Situation, wir leiten, wir haben, glaube ich, keinen so unerfolgreichen Vertrieb. Wir bewegen wirklich viel Geld, das dann die Mandate uns auch anvertrauen. Aber ich merke schon, dass die neuen Kollegen und Kolleginnen, die nachkommen, eine andere Auffassung von, ich finde, Kontakte haben. Wenn ich früher in den Bäcker rein bin, bin ich danach mit fünf Kunden wieder raus, weil ich die Leute angequatscht habe und weil ich halt aufgefallen bin und so. Und die heutige Generation hat halt andere Erfolgsthemen, die sind Internet und wie viele Likes ich irgendwo habe. Und das ist gar nicht schlimm. Ich merke bloß, dass der Vertrieb, und da gehören auch wieder zu, sich in die Richtung einfach optimieren muss und auch erkennen muss, dass du, du kannst Generationen nicht bewegen. Also du kannst Generationen akzeptieren und mit dem, was die Generation tut, einen Weg finden. Meine Generation war eine andere Generation. Ich bin 43 Jahre alt. Ich würde diese ja 44. Da kannst du jetzt nicht einem 20-Jährigen sagen, der soll sich bitte verhalten, wie ich vor 20 Jahren. Das ist nicht fortschrittlich. Und da muss sich Vertrieb weiterentwickeln. Aber wenn man etwas erkennt und wenn man sagt, okay, ich habe da einen Weg, mit dem ich arbeiten kann, da muss ich damit halt umgehen. In meiner Zeit war es halt, ich musste telefonieren und habe einfach jeden Tag, ich bin jedem auf den Sack gegangen und habe erzählt, ich muss dich kurz anrufen, ich muss meinen Leitfaden können. Mein bester Freund konnte es nicht mehr hören. Der ist dann irgendwann zu uns in die Firma gekommen. Der ist heute mein Vorstandskollege. Und ich habe dem Thomas immer noch gesagt, immer wenn er zurückgekommen ist, von irgendeinem Auto anschauen, das ist ja, wie viele Kunden hast du gewonnen. Da habe ich gesagt, geh mir nicht auf den Sack mit deinen Kunden. Aber das war halt so. Das ist auch heute auf dem Vertrieb noch so. Aber heute ist es vielleicht eher so, wenn du auf Social Media unterwegs bist und du hast eine Story, wie viele Kunden generierst du durch diese Story? Das ist der heutige Weg. Früher warst du, du bist ein Auto kaufen gegangen, im Autohaus, heute kaufst du das Auto halt vielleicht online und also muss auch der Vertrieb sich da umstellen. Und jede Generation hat so ihre Art und Weise, Kunden zu gewinnen. Ja, ich habe vor kurzem erst tatsächlich witzigerweise eine lange Diskussion gehabt über das Thema Cold Calls. Und warum jetzt vor allem auch die neuen Generationen. Generell, es gibt ja ganz viele Memes und Lustgewieses im Internet darüber, wie sich so Gen-Zler verhalten und so weiter. Und vor allem so beim Thema Cold Calls. Und ganz viele können das vielleicht jetzt auch nachvollziehen. Gen-Z ist ja so der Joke, wenn mich eine Nummer anruft, die ich nicht kenne, so anonym oder so, da gehe ich auch gar nicht ran. Gehe ich gar nicht ran. Oder eine Nummer, die nicht eingespeichert ist, da lasse ich erstmal so das Telefon und speichere die mal ein und schaue, ist bei WhatsApp-Probiertel. Mal gucken, was passiert. Ja, genau. Finde ich irgendwas über diese Nummer raus oder ich google die und schaue erstmal. Weil ich will wissen, wer ist das? Man will nicht unvorbereitet sein. Das ist, glaube ich, so der Kern dieser Angst, wenn man es so nennen mag. Das ist irgendwie so ein Thema. Und da habe ich einfach so das Gefühl, dass es früher vielleicht auch ein bisschen ein Stück weit anders war oder in klassischen Vertriebsfirmen. Da hast du keine Angst, auch mal Leute anzusprechen, die du nicht kennst. Ja, aber schau mal, als ich das Telefonieren gelernt habe, da gab es kein Bild-Telefon. Also du musst mir überlegen, ich habe ein Telefon gehabt, ein Handy, aber da war nichts mit, ich zeige mal kurz, wer du bist. Und da gab es auch kein Facebook und Instagram oder so. Ich bin auch, als ich in die Finanzdienstleistung bin, da war, Jahre danach kam StudiVZ. Also ich bin alter Sack, du merkst, ja. Und das ist halt heute, das ist eher so, ich glaube, das ist auch gar nicht mal böse von der Generation. Ich habe heute Morgen mit einem sehr, sehr erfolgreichen deutschen Künstler telefoniert und wir kannten uns nicht und der hat, was ich mache, ist halt einfach den Menschen vorab Informationen geben, bevor ich sie anrufe. Ich gebe denen mit, dass ich halt online präsent bin, die sollen sich einfach das mal anschauen. Ich versuche über die Empfehlungswege, ich bekomme viele Empfehlungen oder unsere Firma bekommt sehr viele Empfehlungen von Kunden, sage ich immer, Mensch, gebe den Leuten noch irgendwas vorher, um sich zu informieren. Es ist auch legitim, weil heute die Zeit, die Informationsdichte ist nun mal höher als früher. Also früher konnte es halt nicht mal kurz im Internet gucken, wie guckt denn der Vogel aus, weil da gab es keine Bilder im Netz, da gab es immer Internet, also es gab kein Internet. Völlig verrückt. Und dieses wird immer schneller und das ist kein Vorwurf. Ich glaube, das ist eher, dass sich die Vertriebe an diese Generation anpassen müssen und sich überlegen müssen, wie, das ist ja auch ein bisschen Vorteil. Nochmal, ich habe heute mit dem jungen Mann, liebe Grüße gehen raus, wenn er es, vielleicht sage ich ihm mal, schickt den Postkursweise, der kann er mal anhören, vielleicht schreibt er was drunter. Mir war wichtig, dass er vorher weiß, wen da anruft, weil er hätte eh gesucht. Und bevor ich jetzt eine Stunde da mich versuche, ihm zu erklären, soll er doch einfach gucken. Es gibt doch genug Informationen. Das macht das Telefonieren aber viel leichter. Früher musste ich ja stundenlang erklären, wer ich bin. Heute fünf Minuten, weil halt die Informationsdichte besser ist. Und man kann das als negativ sehen. Ich sage einfach, nein, nimm die Umstände, die da sind und mach das Beste draus für dein Leben. Und dann wirst du auch erfolgen. Also, es entwickeln sich natürlich digitale Kompetenzen weiter. Man spricht ja auch von dieser Generation Digital Natives, die sich halt total zurechtfinden. Was ich oft mitbekomme in so einer Diskussion, es wird ja ganz oft so diese erklärste Generation irgendwie porträtiert auf LinkedIn, ständig irgendwelche Beiträge Leute, das sagen. Da wird ja oft so angemahnt, dass so dieses Zwischenmenschliche verloren geht. Also, einerseits das Face-to-Face, aber andererseits auch so eine emotionale Intelligenz, wenn man so mag. Also, Leute einschätzen zu können. Das ist ja ein Skill, den viele Vertriebler besitzen, dass sie halt irgendwie mit jemandem zwei Minuten reden und dann eigentlich auch schon wissen, wie tickt der, wie kann ich den denn um den Finger wickeln. Ist das eher so, da gibt es ja auch dieses Disc-Modell und so weiter, also nach dem Farbmodell und so weiter. Also, glaubst du, dass das Skills in die verloren gehen? Ja, wir steuern da auch gegen. Also, sie gehen definitiv verloren, weil du halt Kommunikation über einen anderen Weg machst, über Instagram, Facebook, whatever. Und wir im Vertrieb versuchen, das den Leuten schon mitzugeben. Wir haben einen Face-Reader bei uns in der Firma, wir haben einen Psychologen bei uns in der Firma, der auch diese Skills dann auch versucht zu vermitteln. Einfach, weil sie schon im zwischenmenschlichen Kontakt wichtig sind. Immer noch. Aber es ist trotzdem, es bleibt dabei. ich sage mal, ganz hart gesprochen, nach dem Krieg, was meine Großeltern noch erlebt haben, meine Urgroßmutter war da noch dabei, lange Zeit her, die haben andere zwischenmenschliche Skills gehabt. Das war anders. Und dann gab es Generationen danach, die haben wieder andere gehabt. Und dann gab es wieder, danach gab es wieder. Und meine Generation hat halt dieses Aufbruchsstimmung, dieses, ich mache dieses Land jetzt, meine, unsere Großeltern haben uns was Tolles hinterlassen und wir machen jetzt, wir drehen die Wirtschaft jetzt mal hoch. Wir werden nach Made in Germany halt der nächste Part. Und ich glaube ja, dass momentan den Leuten noch so ein bisschen fehlt, was macht man jetzt eigentlich? Also wer sind wir eigentlich als Identität an sich? Weil einfach diese Zwischenwelt gerade da ist. Es gibt diese, ich brauche Skills, emotionale Intelligenz im echten Leben, also das, was wir gerade miteinander machen in der Interaktion. Und es gibt halt diese virtuelle Welt. Und die wird sich irgendwann so vermengen, dass es nicht mehr relevant ist. Aber wir sind halt so dazwischen, dass wir noch nicht genau wissen, sind wir jetzt Fisch oder Fleisch. Und das macht es dann so spannend. Und du musst beide Wege einfach, sagen wir mal, den Menschen beibringen, weil die Kinder kriegen es heute in der Schule nicht mehr mit. Also die Schule ist ein sehr, ist vielleicht sogar noch der härteste emotionale Aufschlag. Aber selbst das Studium ist heute zu Großteil ja online. Da ist ja auch nicht mehr so, dass du jetzt da irgendwie deine ganzen Studienkollegen jeden Tag in der Mensa findest oder so, sondern da ist viel, unsere Tochter studiert ja auch gerade, da ist viel über den Online-Weg. Und da ist halt nichts mit Mimik und mal ganz kurz gucken, wie der andere riecht. Und das hast du halt einfach nicht. Und da wird, glaube ich, für die nächste Generation ein ganz, ganz interessanter Weg, was sich daraus entwickelt. Ich glaube, dass wir einen großen Teil dazu beitragen, die Menschen in die richtige Richtung da zu bringen, vertrieblich. Aber das wird eine geile Herausforderung. Also ich freue mich da drauf. Das ist gut. Lass uns nochmal zu deiner Story jetzt nochmal zurückkommen. Du warst ja quasi sechs Jahre Handelsvertreter und wie ging es dann weiter? Ich war beim AWD, also Carsten Maschmeyer war ein Vorbild und auch, ich sage es immer wieder, der mich auch geprägt hat in der Finanzdienstleistung, bis er halt den Laden verkauft hat und ich dann keine Lust mehr hatte, den neuen Laden, also Swiss Life dann, lieber Grüße gehen raus, das ist ja auch ein großer Partner, die Versicherung Swiss Life von uns. Aber ich habe halt keinen Bock gehabt, da Versicherungen zu verkaufen. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, verlass den Laden. Das war schmerzhaft, weil an der AWD das nicht so gut fand. Ich habe einen Vertrag gehabt mit denen und die haben gesagt, nee, du hältst den Vertrag ein und ich habe gesagt, nee, der Vertrag ist nicht mehr gültig. Und dann hast du zwei Welten, die aufeinanderprallen. Das hat mich dann am Ende, hätte es nämlich sehr viel Geld kosten können. Das hat mich dann ein bisschen Geld gekostet, aber immer noch für mich damals relativ viel Geld, dass ich rauskomme und habe dann den Andreas Holup kennengelernt. Auch da, liebe Grüße gehen raus. Der hat damals die IFB GmbH hieß die gegründet gehabt. Das war so ein Zehn-Mann-Makler-Unternehmen aus Hildpoldstein, also nicht weit weg hier von Nürnberg, am schönen Rotsee oder nähe vom Rotsee. Und ja, wir haben dann entschieden, das hat gepasst, irgendwie so Topf und Deckel. Und dann haben wir entschieden, okay, dann machen wir das. Also ich habe gesagt, ich gründe keine eigene Firma, ich gehe hier mit rein. Mein bester Freund, der Thomas Kletter, der heute mein Vorstandskollege ist, hat zum Glück seinen Teil dazu beigetragen, weil wenn der nicht gesagt hätte, verlass den AWD, ich hätte wahrscheinlich noch ein paar Jahre mitgemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind durch. Ich habe halt dann gemerkt, Finanzdienstleistungen im klassischen Sinn, so ich versichere jetzt mal die Berufsunfähigkeit weg oder ich mache irgendeine Haftpflichtoptimierung oder so, damit holst du jetzt auch nicht zwingend jeden hinterm Ofen vor. Und wir haben uns dann darauf konzentriert, Privatmandate vollumfänglich zu beraten. Klar, das macht, glaube ich, dann auch in der Finanzdienstleistung machen das sehr viele. Aber haben uns dann auf kleine, mittelständische Unternehmen konzentriert, haben so bestimmte Lücken entdeckt, die dann für uns als Vertriebsweg sehr gut waren. Ich habe Probleme erkannt, die andere nicht erkannt haben. Haben zum Glück eine Rechtsanwaltskanzlei, einen Steuerkanzlei im Firmen-Netzwerk, in der Firmenfamilie, die dann auch beratend mit dabei sind. Also jedes Mandat, das von uns betreut wird, wird rechtlich, steuerlich und aus Unternehmenssicht vollumfänglich betreut. Aus allen drei Rechtsgebieten. Und haben dann etwas gemacht, was wahrscheinlich in Deutschland so noch keiner gemacht hat. Wir haben uns dann darauf konzentriert, Holding zu bauen, Family Office zu bauen. Also ich glaube, wenn du in Deutschland ein Holding bauen willst, dann wirst du an uns nicht vorbeikommen. Da mache ich jetzt einen Punkt dahinter. Weil es in dieser Konstellation auch keinen Konkurrenten gibt, der das mit Recht und Steuern so zusammenpackt wie wir. Naja, und das war halt dann im Endeffekt so ein bisschen die Erfolgsstory würde ich sagen und sind da gelandet, wo wir heute sind. Für mich, ich bin am Anfang meiner Karriere, ich bin nicht am Ende. Also ich habe in meiner Welt noch überhaupt nichts erreicht. Trotz alledem, ich bin ja ein bisschen heiser. Gestern hat mein Freund, wir waren gestern beim Fußball, gestern FC Bayern angefeuert, dass er ins Halbfinale kommt. Arsenal, haha, sind schön wieder zurück nach England geflogen und dürfen nicht weiterspielen. Wir dürfen das. Aber wir standen da halt in unserer Loge. Und das hat gestern passt das jetzt ganz gut. Er hat gestern zu mir gesagt, weißt du eigentlich, dass du beim erfolgreichsten Fußballklub der Welt, zumindest mal einer der erfolgreichsten Fußballklubs der Welt, etwas hast, was tausende von Menschen, da würden sie die Hände für abpacken. Wir haben eine Loge beim FC Bayern. Und das ist halt jetzt so das Ergebnis nach so viel Zeit. Und mal gucken, wo der Reise noch hingeht. Also wir haben noch viel vor. Cool, cool. Viel Erfolg dabei schon mal, aber ich verfolge das ja so ein bisschen medial bei dir mit. folgst du mir auf Instagram, oder? Ich folge dir auf Instagram. Ja, aber ansonsten. Selbstverständlich, selbstverständlich, selbstverständlich. Ja, sehr, sehr spannend. Also zwei Takeaways aus dieser Geschichte beziehungsweise zwei Rückfragen. Das eine ist, du hast gesagt, du hast dann erfahren, dass die Firma verkauft wird, warst aber noch drin in der Firma. Wie hast du das erfahren oder warst du? Ach, das war eine sehr geile Geschichte eigentlich. Gar nicht. Also es ist so, dass ja, der AWD war ja in Börsen notiert. Deswegen, du konntest ja keine offizielle Bestätigung vorher geben vor Börsenöffnung. Und ich bin früh ins Büro gefahren. Das war damals in Bamberg. Hatte ich ein großes Büro und bin hoch, bin in mein Büro hoch. Thomas saß auf der rechten Seite. Ich bin in mein Büro rein, habe meinen Rechner hochgefahren und wir haben Intranet. Wie ist das? Das ist halt ganz normal. Das war beim AWD, war das schon was Geiles und dann mache ich das Internet auf und dann ist oben ein Riesenbild, die Zentrale vom AWD in Hannover und drüber steht Carsten Maschmeyer leitet den nächsten Step ein und verkauft seine Aktien an Swiss Life. Und ich weiß nicht, ich habe das gelesen, habe meinen Laptop zugeklappt, habe ihn wieder aufgeklappt, habe ihn nochmal auf Laden gedrückt und das Bild war immer noch da. Und ich habe mir gedacht, scheiß Dreck, bin dann vom Schreibtisch weg, habe aus dem Fenster geguckt, der Blick war zum Bamberg, zum Gericht, beziehungsweise an dem Gericht wurde dann auch verhandelt, als ich gesagt habe, ich gehe, das war sehr spannend. Bin dann drüber zum Thomas gelaufen und habe gesagt, Thomas, kannst du mir gefallen? Und ich glaube, mein Intranet hat ein Problem. Kannst du bitte mal reingehen und kannst mal gucken, ob das bei dir auch steht? Da stand es auch. Und dann habe ich den Telefonhörer in die Hand genommen. Und dann drei Sekunden später hat aber das Telefon selber geklingelt, weil Hannover angerufen hat und halt die Führungskräfte zusammengetrommelt hat und tralala. Das Interessante an der Geschichte war eigentlich die Geschichte davor, nämlich ich habe vor drei Wochen vorher oder vier Wochen vorher hat Carsten Maschmeyer wirklich so eine gewisse Auswahl einer Menschen nach Hannover holen lassen, Step by Step, und hat Verträge unterschreiben lassen auf drei Jahre. Und nachdem ich nahezu AWD-Blut hatte, habe ich diesen Vertrag ohne zu lesen. Damals. Vertrag kam von Maschi. Logisch. Schön draufgedrückt. Und ich habe mich in dem Moment nur daran erinnert, ich habe so einen Vertrag unterschrieben. Wenn der jetzt geht, ich muss da bleiben. Aber so war das. Und dann ging es wirklich ein halbes Jahr, aber das war nicht schön. Weil du immer gewusst hast, eigentlich willst du das nicht, was da passiert. Du hast aber keine Möglichkeit, rauszugehen. Und dann hat mein bester Freund mich eingepackt, zu nach Kroatien auf die Insel Rab. Und ich habe dann früh morgens um, ich glaube, fünf Uhr dreißig, ich gebe sogar ein Bild, weil Thomas in dem Moment ein Bild gemacht hat. Komme ich vom Strand zurück, bin mich versunken und habe entschieden, ich kündige. Wir haben von der Insel Rab aus per Fax unsere Kündigung dann nach Hannover geschickt. Und der Mensch, der noch dabei war, ist heute auch wieder bei uns in der Firma. Der ist ein ITler. Es kommt im Leben, wenn du gute Entscheidungen triffst und mit Menschen sehr eng bist, dann kriegst du, glaube ich, ganz gute Wege hin. Und das war so ein Moment in meinem Leben, das war ganz gut. Und dann auch nicht davor zurückgeschreckt, vor Gericht zu gehen? Nein, überhaupt nicht. Das war dann die Entscheidung. Ich habe dann mit unserem Anwalt, der eben heute unser Aufsichtsrat ist, habe ich dann gesprochen, was ich mache, ob ich halt Kopf unten halte und versuche, irgendwie durchzurutschen. Und das ist keiner interessiert, aber es ist nicht meine Welt. Ich habe dann sofort kommuniziert, wo ich hingehe. Hat jeder gesagt, du hast einen Dachschaden, gehst du vom AWD und da so eine kleine Zehn-Mann-Butze und was soll der Scheiß und das würde doch eh in die Hose gehen und Finanzdienstleister gibt es genug am Markt und bla bla bla. Den ganzen Quark, den man halt so hört. Aber ich habe von Anfang an immer ein offenes Visier. Also es ist in meinem Leben so, ich sage, wenn ich mich entscheide für etwas, dann mache ich es halt. Entweder ich lasse es oder ich mache es. Dazwischen gibt es nichts. Es gibt keinen, ich probiere mal. Ich sage immer zu Leuten, versuch dich mal hinzusetzen. Wenn sie sich dann hinsetzen, sagen sie, nee, nee, du sollst es versuchen. Und dann merken sie, das ist nicht machbar. Entweder ich stehe auf oder ich bleibe es oder ich setze mich hin. So ist es im Leben, glaube ich, am einfachsten für einen selber. War mir klar, dass es teuer wird, aber ich habe ein gutes Team gehabt, das mir dann geholfen hat. Zum Glück meine Frau, die ich dann zum damaligen Zeitpunkt schon in meinem Leben hatte, die hat mich dann auch unterstützt, weil wenn so ein gelber Brief kommt und da eine tolle Millionenssumme steht, die je nach Möglichkeit morgen zu zahlen ist, da sitzt du schon mal da. Ich war immer zu alt. Aber so grundsätzlich war das der richtige Weg. Tausend Prozent. Kann man das sagen, wie viel oder ist das confidential in die Zahl? Ich muss mal aufmachen, es kommen die heißen Themen. Jetzt war ich mal ein Anzug auf. Ich habe lange überlegt, wann ich das jetzt mache. Das war der richtige Zeitpunkt. Ja, okay. Es waren ganz so viele, ich glaube 3,5 Millionen. Das ist heute überschaubar, aber damals war das schon, also damaliger Zeitpunkt, 3,5 Millionen. Also auf dem Giro hatte ich es nicht. Also ich hätte schon ein paar Anlagen verkaufen dürfen. Ich weiß noch, ich habe dann einen Andreas angerufen damals und der ist heute leider nicht mehr mein Vorstandskollege. Der hat so ein bisschen früher den Ruhestand eingeläutet als ich. Also Andreas, deine Böse, ich nehme das jetzt einfach mal so. Der hat mich angerufen und gesagt, also Andreas, ich habe da gerade einen Brief gekriegt und er sagt, scheiß drauf, wir machen das schon. Und das war damals schon gut. Meine Frau hat auch gesagt, scheiß drauf. Rocket hat genau gesagt, also ich sage zumindest Frau Rocket, das ist ja Spitzname. Sie hat wortwörtlich gesagt, ganz kurze Frage, ist das jetzt schlimm? Ich sage, ja. Und wie lange willst du heulen und wie lange willst du was dagegen machen? Und ich habe gesagt, okay, hast du eigentlich recht. Ich habe es mir hundertfach wieder gut. Also es war alles okay. Ja, okay. Aber interessante Frage, Willst du jetzt heulen oder dagegen was machen? Ja, ist so. Was willst du machen? Also das ist halt ein Problem, das ist eine Herausforderung und das leitet dich im Leben. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich eine abrutschierende irgendwelche Slang sprach, aber du musst dann schon mal auch die Eier auf den Tisch legen und sagen, okay, was machst du denn jetzt? Was willst du machen? Ja, total, total. Jetzt hast du ja deine Frau schon angesprochen, ihr habt ja nicht nur eine private Beziehung, auch eine Geschäftsbeziehung quasi. Ja, wir haben eine Geschäftsbeziehung. Sie ist meine Chefin. Sie ist meine Chefin. Naja, absolut. Ist das so? Nix zu melden. Okay, was genau machen? Naja, es hat sich über die Jahre halt dann, wir bauen Holdings und natürlich habe ich dann selber eine gehabt. Es kam ja eigentlich alles aus. Rocket hat zwei Kinder in die Ehe gebracht, das meine Kinder sind, die stehen auf meinem linken Arm, der Name, also der Voranfangsbuchstabe. Und dann ging es halt so, okay, wie können die eigentlich mal das erben und wie ist das eigentlich mit Gewinnausschüttungen und warum ist die so teuer? Und dann habe ich halt für mich gesagt, okay, was gibt es da für Lösungen? Habe mich mit Konzerntrecht beschäftigt, habe mit unserem Steuerberater was gebaut und haben dann natürlich erst mal unsere eigene Holding gebastelt und mit der haben wir uns jetzt ganz lang an unterschiedlichen Unternehmen beteiligt. Und Rocket ist so der hinterfragende Part. Also ich bin, wenn ich etwas erkenne in Menschen, dann erkenne ich meistens mehr als sie selbst. Und dann ist meine Intention, das rauszukitzeln und zu sagen, ey, komm, ich reise mir die Welt ein. Und dann kommt Rocket und sagt, okay, pass auf, alles gut, ich erkenne das auch, aber bitte mal ganz kurz überlegen, was ist das für ein Zeiteinsatz und so weiter. Und sie ist so ein bisschen mein, mein Gewissen ist das verkehrte, weil das würde sie nicht richtig beschreiben, aber sie ist der emotionale richtige Part. Ich bin der emotionale Preschende und sie der emotional Hinterfragende. Und das ergibt dann eine ziemlich gute Synergie. Für uns ist ganz klar, ein Nein ist ein Nein, zwei Ja ist ein Ja. Okay. Und dann investieren wir. Interessant. Ich hatte auch im Laufe des Podcasts, jetzt wo du es gesagt hast, kam es mir öfter mal schon, auch die Diskussion mit Gründerinnen und Gründern, wo natürlich auch öfter mal die Frage aufkommt, mache ich es allein, hole ich mir Leute mit dazu. Ich meine, gemeinsam eine Firma zu führen, zu gründen und so weiter, ist ja schon ein hartes Commitment. Und je nach Rechtsform, klar, ist das dann auch ein größeres oder kleineres Commitment. Aber da ist natürlich die Frage, und da kommen wir wieder zu diesen Persönlichkeiten oder Persönlichkeitstypen erkennen, wie lange muss man jemanden schon kennen oder wissen, wie der tickt. Jetzt ist es mit der eigenen Form natürlich eine ganz, ganz besondere Konstellation. Gibt es da eine Fälle von Privat und Business? Ist das so, okay, ab der gewissen Uhrzeit wird da nicht mehr über die Firma gesprochen? Ja, das ist eher nicht so. Das ist eher so, wir sind so, wir können Privat und Geschäft halt beide sehr gut trennen. Und das ist auch eine Konstellation, die würde ich jetzt mit keinem anderen Menschen auf diesem Erdbein machen, außer mit meiner Frau. Ich empfehle es auch nicht jedem. Weil es gibt halt auch Beziehungen, die vielleicht jetzt eher in klassische Rollenverhältnisse aufgeteilt sind. Wobei meine Frau auch, die schmeißt ja nebenbei doch den ganzen Haushalt. Also das ist ja nicht so, dass wir da 50 Leute rumrennen haben, die unser Leben managen. Wir haben natürlich Menschen, die uns helfen, das Leben zu managen, aber sie macht da schon auch noch viele andere Sachen. Aber das Thema, ob du jetzt in einer Firma alleine oder zu zweit machst, ist eine spannende Frage. Wir hatten gestern einen Geschäftsrapport, heißt das bei uns. Wir haben in der Valonique alleine acht Tochterfirmen. Ich habe 35 Firmen, die wir irgendwie in unserem Netzwerk dann auch haben. Und die Frage stellt sich immer, was macht man jetzt? Also macht man es zu zweit oder alleine? Und ich habe ganz lange unterbewusst irgendwie das Gefühl gehabt, das muss man alleine machen. Sonst bin ich ein alter Mann, also ein bisschen Lebenserfahrung und habe dann auch so ein bisschen hinterfragt, wie ist das denn bei uns gelaufen? Also wir waren immer, unser Aufsichtsrat Stefan Förster, mein bester Freund Thomas Kletter, Andreas Hulup und ich. Also wir hatten immer vier Meinungen und das ist manchmal anstrengend. War überhaupt keine Diskussion. Aber Entscheidungen, die wir getroffen haben, waren immer zielgerichtet. Also wenn du einen Datenfall abschießt, haben wir immer noch nachgelenkt. Und ich glaube, das kannst du halt alleine nicht. Und wenn heute Leute mich fragen, Menschen fragen, ist es gut, wenn man mehrere Leute um sich hat? Es muss jemand den Hut aufhaben. Überhaupt keine Diskussion. Aber es ist gut, wenn du unterschiedliche Meinungen zulässt. Also wenn dein Ego in der Lage ist, andere Informationen zu verarbeiten, um das Maximale aus der Situation rauszuholen. Weil diese Denkkapazität, glaube ich, nur ganz wenige kriegen das hin. Ich meine, selbst ein Steve Jobs, den ich wirklich verehre, oder auch ein Elon Musk ist für mich, also kann man jetzt über Elon denken, was man will. Ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber für mich ist es immer der nette Ellen. Also ich feiere halt einfach, was der tut. Ich meine, das musst du erst mal hinkriegen, dass du Paypal verkaufst und dann irgendwie eine Raketen da kaufst, um dann auf den Mars zu fliegen. Ich meine, wie bescheuert kann man sein, um nebenbei noch der Automobil zu revolutionieren. Aber all diese Leute haben Menschen an ihrer Seite. Man sieht die vielleicht nicht. Aber sie sind in der Lage, andere Meinungen zuzulassen, ihre Meinung durchzusetzen, aber haben auch genug Ego, um selbst zu sagen, okay, war vielleicht jetzt nicht ganz so gut, ich höre mal lieber auf den anderen. Und das macht dann am Ende erfolgreiche Geschichten aus. Nicht erfolgreiche Menschen, die können auch, glaube ich, alleine sein. Und Usain Bolt muss keine fragen, ob er schnell laufen sollte. Er ist einfach schnell gelaufen. Erfolgreicher Mensch. Bastian Schweinsteiger, mit dem durfte ich mal beim Founders Summit auf der Bühne eine wirklich tolle Stunde abhalten. War ein cooler Typ. Liebe Grüße, genau hier raus. Dann auch ein bisschen Kontakt und so. Also wirklich cooler Typ, aber der hat Entscheidungen alleine getroffen, weil der einen Ball am Fuß hatte und der musste entscheiden. Rechts, links, der konnte jetzt nicht 20 Menschen fragen, aber ist ein erfolgreicher Mensch. der FC Bayern ist deswegen erfolgreich, weil so viele Menschen ihren Teil dazu beitragen. Mindestens mal 11 auf dem Platz. Und eine Firma, die du auf lange Sicht aufbauen willst, eine Firmengruppe, wird Menschen brauchen, die ihre Meinung dazu beitragen. Ja. Ja, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Also quasi die eigene Aufgabe zu kennen, aber erstmal herauszufinden, was die eigentliche ist. Ich glaube, das ist der schwierigere Part bei vielen vielleicht auch jungen Gründerinnen und Gründern. Ich meine, oftmals hat man eine Vision und denkt sich dann, okay, ich mache das schon irgendwie und dann geht es los. Aber sich dann Leute dazu zu holen, ist ja ein vielschichtiger, ganz komplexer Gedankengang, den man ja ganz oft auch nicht rational irgendwie belegen kann, sondern es ist dann auch so ein Bauchgefühl manchmal, wo man sagt so, mag ich jetzt den Jörg, will ich mit dem was zusammen machen oder nicht? Es ist ganz schwierig zu entscheiden. Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, so und so, kann das klappen? Ego hinten anstehen. Also ich trenne ganz klar Privat und Geschäft. Wenn ich jemanden absolut zum Kotzen finde, heißt es noch lange, dass ich mit dem kein Geschäft machen kann. Das ist jetzt nicht Ego malen oder so, sondern es ist halt einfach eine klare Trennung. Wenn der Skills hat, die mir weiterhelfen. Ich muss ja nicht mit jedem abends ein Bier trinken gehen. Also ich trinke eh kein Alkohol, aber trinke ja mit dem Wasser. Muss ich auch nicht mit jedem machen. Aber das eigene Ego zu sagen, also alles, was ich jetzt von mir gebe, ist nicht Maß aller Dinge. Auch das, was ich jetzt in dem Podcast sage, ist ja meine Meinung. Deswegen darf es ja andere Meinungen geben. Kann man darüber diskutieren. Ja, total. Weil man vergessen zu diskutieren, das haben wir vielleicht irgendwann mal ein bisschen verlernt. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Part. Also das eigene Ego hinten anstellen. Und dann klappt es auch. Nicht, dass man sagt, man ist nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen, sondern einfach selber zu sagen, okay, vielleicht gibt es ja Menschen, die mir helfen können. Wieso haben wir vergessen oder die Diskussionsgrundlage verloren, das Talent zu diskutieren? Das zeigen uns die Medien. Also es gibt, wir haben leider einen extremen Links- und Rechtsdruck. Und ich würde gar nicht mal so sehr nur den Rechtsdruck nehmen, sondern der Linksdruck ist genauso gewaltig. Und leider hat die linke Fraktion für sich auferlegt, dass ihre Meinung die einzig richtige ist. Und wenn du Gegenmeinungen hast, dann bist du relativ schnell in der Ecke abgestempelt. Das macht die rechte Seite schon auch. Leider nicht so publik, weil halt die Medien das einfach mehr in die andere Richtung publizieren. Und das ist vielleicht ein bisschen kontrovers, was ich jetzt hier von mir gebe, aber wie gesagt, ein bisschen Lebenserfahrung habe ich ja auch und ich erlaube mir einfach, das zu sagen, weil ich mir die Position einfach rausnehme. Es ist schon interessant, dass du einen offenen Kommunikation, also einen Austausch mit Menschen, dass es sehr schwierig wird. Also du kannst einfach nichts mehr sagen auf gut Deutsch. Über Jahre hinweg hat sich die deutsche Politik herausgenommen, die Wirtschaft in irgendeiner Form zu belehren. In meiner Branche, Thema Provisionen, Thema Regulierung, Thema Finanzdienstleistung, alles ist scheiße. Politisch wurde das so gesagt. Wir haben die Automobil belehrt. Alles wird blöd. Wir sind ein Automobilstandort und erlauben uns diesen Zweig unseres Landes abzuschaffen. Muss man auch mal schaffen. Wir glauben, dass unsere Energiepolitik weltweit irgendwie wichtig wäre. In Neuseeland juckt das keinen Sack, was wir hier erzählen. Die sagen Deutschland, ja, made in Germany, hup, hup, war vor 30 Jahren. Was interessiert uns jetzt Deutschland? Das interessiert die einfach nicht. Und wir glauben aber, es ist wichtig. Und wenn du was dagegen sagst, dann wird das als, also jetzt bist du aber in der Kobushek abgerutscht definiert. Und das wurde über Jahre hinweg so gemacht, auch weil wir im Mittelstand, weil wir Mittelständler und auch die großen, also auch die DAX-Unternehmen einfach nichts gesagt haben. Es wurde einfach kein, das kannst du nicht machen. Du kannst als Unternehmer nicht über Politik reden, obwohl der deutsche Mittelstand Politik macht, jeden Tag. Wir schaffen das, dass die Politiker überhaupt bezahlt werden. Wir schaffen Steuern ran. Und wir halten den Mund. Und das hat sich einfach so geprägt über viele Generationen. Und die jetzige Generation Z zum Beispiel tut sich einfach verdammt schwer zu erkennen, was ist, kann ich meine Meinung sagen oder muss ich aufpassen, dass ich in die verkehrte Ecke gestellt werde. Jetzt rennen meine Eltern auf die Straße, halten Schilder hoch, weil jetzt Klimawandel da ist. Ich finde aber Autos geil. Kann ich das überhaupt sagen oder passe ich mich da lieber an? Und dann sind wir bei dem, was du ganz am Anfang gesagt hast. Gute Zeiten produzieren merkwürdige Menschen. Weil du hast auf einmal Momente, die über Sachen nachzudenken, die hat andere Generationen überhaupt nicht gejuckt. Also meine Oma hat, ich bin Tierschützer, extrem. Wir unterstützen den Lebenshof und unsere Katze ist ganz, ganz wichtig und ich rechtfertige mich hiermit jetzt schon für das, was ich jetzt sagen werde. Aber meine Oma hat es nicht in Feuchten gejuckt, ob auf Mallorca oder auf den Kanaren irgendwelche Hunde sterben. Weil die andere Probleme hatte. Die musste durchkommen, die musste überleben. Die hat ihre Kinder großziehen müssen. Und heute ist es so, dass wir im täglichen keine Herausforderungen haben. Also du musst in Deutschland weder hungern noch musst auf der Straße leben. Es ist alles easy. Also wenn ich kein Handy habe, bin ich ja schon scheiße. Und das hat sich geändert. Und dann kommt halt der Punkt und wenn man das dann anspricht und dann eingebremst wird, dann wird es kritisch. Ja, stimmt. Wohlstand bringt natürlich einen dazu, dass man über kontroversere Dinge nachdenkt. Oder auch über speziellere Dinge. Du hast gerade das Beispiel mit den Hunden angebracht. Ich hatte mal eine Diskussion mit meinen Eltern, die kommen aus dem Kosovo. Da waren wir drüben und dann war irgendwie so die Frage, haben die hier Kaffee mit laktosefreier Milch? Solche Gedanken machen die sich dadurch. Da gibt es andere Probleme. Das, was du gerade angesprochen hast. Ich habe viele Freunde übrigens aus dem Kosovo. Also unabhängig davon. Es hat ja auch nichts mit einer Bewertung zu tun. Weil jedes Lebewesen ist wichtig. Also ich trage eine Spinne zur Tür raus. Aber trotzdem, man muss mal überlegen, über was diskutierst du hier? Weil auf anderen Teilen dieser Welt, auch Indien, das jetzt extrem mächtig wird. Also Indien wird, wir haben immer Angst vor China und Russland. Boah, die Inder machen es cleverer. Die halten es nämlich einfach raus. Aber die haben noch andere Probleme als wir. Und die müssen aus den Slums, aus den ich habe nichts erst mal raus. Ja, und da hat Europa halt einfach, das ist der Nachteil von Wohlstand. Ist so. Ob Gott, ob es jetzt schlecht ist, ich meine, wir leben seit Jahrzehnten im Frieden und auch wenn Europa gerade kriegstechnisch jetzt nicht zwingend positiv dasteht, wir leben trotzdem noch hier auf unserem Teil von Europa immer noch im Frieden. Und das muss man vielleicht hin und wieder mal auch anerkennen. Nichtsdestotrotz sollte man sich mal Gedanken machen, was man in Zukunft will. Was ist denn in 20 Jahren? Was haben wir denn da? Ja, da ist einiges dran. Ich verstehe natürlich, weil du ganz oft auch so eine Rechtfertigung vorhin drangestellt hast. Das ist durchaus Themen. Und ich meine, das ist ja mir nicht unbekannt. Auch ich habe immer mal wieder Themen, die auch irgendwie kontrovers und viral gegangen sind. Weil es halt heutzutage, ich gehe da mit vielen Themen mit, was du sagst. Du kannst das erstens nicht jedem recht machen. Das ist das eine. Du hast immer Menschen, die was anders sehen. Und ja, der Deckmantel Social Media gibt manchen dann auch noch mal irgendwie anscheinend die Berechtigung, Leute auch direkt anzugehen oder zu beleidigen und so weiter. Und das, was du am Anfang gesagt hast, vorhin fand ich ganz spannend, weil du gesagt hast, man kann als Unternehmer jetzt sich nicht politisch äußern. Ja, musst du doch. Es erinnert mich so ein bisschen an so Grundregel BWL. Du kannst ab einer gewissen Größe nicht nicht kommunizieren. Du kannst auch nicht nicht politisch sein. Weil egal, was du machst, wird ja irgendwie eingeordnet. Es wird eingeöffnet. Und ja, das ist ein ganz schmaler Grad, glaube ich, den auch irgendwie man als Unternehmer oder als Großunternehmer gehen muss, um zu sagen, okay, bis zu einem gewissen Grad brauchst du vielleicht auch so eine gewisse Egal-Einstellung. Legg mich am Arsch-Einstellung. Ja, ja, doch, doch. Das ist, also, das Thema mit Instagram, ich meine, wer mir auf Instagram folgt, ich sage schon mal Zeug, also auch hier halt dann, auch falls der Algorithmus dann hin und wieder mich abstraft, aber ich habe zum Glück noch nie so einen richtigen Hate. Das war einem auch bisher wurscht, durchaus möglich. Keine Ahnung. Ich glaube auch, es ist immer eine Frage, wie du etwas sagst. Und das ist halt auch das Thema, was du vorhin hattest, mit dem Thema, warum haben wir verlernt, zu diskutieren. Ist ja nicht schlimm, dass man, es gibt genau zwei Menschen, die durchkommen. Ich habe vorhin gesagt, meine Frau, das ist mein Vorstandskollege. Du hörst gerade die Telefon meines Vorstandskollegen. Ich mache mal kurz aus, okay? Der Beweis, es ist live, meine lieben Freunde. Ich gehe jetzt aber nicht dran. Das mag wohl in Notfall sein, aber mir ist egal, der Podcast ist mir gerade wichtig. Jawohl. Ich mache jetzt hier mal aus. Die richtigen Prios hat Jörg Kinzel, Ladies and Gentlemen, das gefällt mir schon mal sehr. Also, was war man denn gerade beim Haten, ne? Ja, genau. Da muss ich mir noch mal kurz helfen, dass ich will. Ja, lass uns gerne da einfach anschließen. Also, das Letzte, was du gesagt hast, war, du hast jetzt noch nie so richtigen Hate abbekommen, aber was man natürlich schon merkt, wer dir auf Instagram folgt und so ist, dass du natürlich auch deine Meinung hast und die vertrittst. und ich glaube jetzt auch nicht allzu viele Überlegungen voranstellt, kann ich das jetzt jedem recht machen oder wie oder was. Und das ist auch heutzutage wiederum vielleicht ein Struggle als junger Gründer, junge Gründerin oder so, dass man natürlich versucht, irgendwie seinen Platz zu finden, sich zu positionieren und das allererste, was man natürlich vor allem auf Social macht, ist zu gucken, wie kann ich möglichst viele Leute ansprechen und präsent, dass halt mein Kanal wächst und so weiter. Gab es da irgendwie mal so eine strategische Planung oder bist du einfach auch der Mensch, der sagt, ich sage halt das, was ich sage und deal with it? Also, wenn du jetzt explizit auf Social Media ansprichst, für mich war es so, ich habe ganz lang meinen Erfolg gefeiert, ohne dass es jemand mitgekriegt hat. Ja, also wenn du meinen Namen im Internet eingibst, findest du nichts Negatives. Das war für mich ganz lange ein ganz wichtiger Part, dass ich Finanzdienstleistungen hinbekomme. Irgendwann hat dann ein junger Mann, der hat die Eltern uns den Kunden, der hat die Firma übernommen, hat dann zu mir gesagt, also Herr Kinsel, sei jetzt meine Böse, aber wenn das so geil ist, was ich erzähle, warum finde ich nichts im Internet? Vorher war es so, geil, ich finde nichts im Internet, Herr Kinsel ist ein Geiler, jetzt war ich finde nichts im Internet, stimmt das, was der sagt. Das hat sich halt in der Generation geändert. Und Social Media war wirklich ein Punkt, wo man einer der wichtigsten Menschen in meinem beruflichen und auch privaten Leben, Patrick Nöckel, der mit mir als Vorstandsberater eigentlich alle Themen bespricht und macht und wir haben auch Firmen miteinander, der hat zu mir gesagt, Jörg, sei meine Böse, wir müssen jetzt raus. Du musst die Geschichte mal erzählen. Du musst mal erzählen, was Sache ist, du musst mal den Mund aufmachen und du musst mal über Holding reden. Ich habe gesagt, über Holding, das interessiert keine Sau. Das ist ja, wer will denn eine Holding? Also das ist ja Firma ohne Wert, so nach dem Motto erstmal. Und dann hat er gesagt, nee, komm, wir machen das und dann haben wir auch, da muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich toll auch, ich habe mit Torben Platzer, ich weiß nicht, ob der das was sagt, ein Influencer, der auch eine Medienagentur hat, TBA Media, die haben uns damals in dieses Game reingeholt. Also ohne Torben wäre ich auch, also ich habe immer gesagt, was soll der Scheiß, erst mal will mir keiner zuhören, zweitens, das, was ich labere, interessiert eh keinen Menschen und drittens, was soll der ganze Quark eigentlich? Und dann hat Torben gesagt, nee, nee, Jörg, das könnte schon interessant sein und lass mal einen Podcast machen und so. Und dann hat er uns eine gewisse Zeit begleitet, dann hat sich das, sagen wir mal, wir sind immer noch befreundet, aber wir haben jetzt keine geschäftliche Beziehung mehr, weil es einfach dann irgendwann drüber gewachsen ist, wir sind einfach größer geworden und es hat sich einfach, wir haben es selber entwickelt und ich bin jemand, der relativ schnell adaptiert und auch zügig dann noch Sachen selbst macht und so. Ich hasse Abhängigkeiten. Aber es ist vom Grundsatz ja nie eine Strategie gewesen, zu sagen, ich erzähle jetzt meine Geschichte im klassischen Sinn, sondern man versucht halt dann, wenn man es gut macht, seine Person so darzustellen, dass die Menschen das, was man erzählt hat, auch feiern. Und dabei ist sich nach Möglichkeiten und es selbst verrät. Ich sage, es gibt kein Authentisch, das gibt es in meiner Welt nicht, es gibt immer unterschiedliche Rollen, also ich bin bei meiner Katze ja anders als bei meinen Kindern und bei meinen Kindern anders als bei meiner Frau zum Glück und bei meiner Frau zum Glück anders als bei dir. Das sind unterschiedliche Rollen und genauso hat man halt eine Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich zeige auch meine Fahrzeuge, wir haben einen relativ großen Fuhrpark, ich feiere meine Uhren und alles, aber ich zeige die halt nicht, wie manche andere, die sagen, guck mal, was ich für eine Uhr habe, habe ich jetzt gemacht und bin erfolgreich. Das mache ich halt nicht. Wenn ich ein Auto zeige, dann ist das halt nicht, ich habe ein neues Auto gekauft, ein geiler Mensch, sondern ich mache halt, ich sage halt einfach eine Story, es ist halt so, es ist mein Leben. Mein Leben besteht daraus. Das finden die Leute, glaube ich, ganz cool. Das ist, glaube ich, ehrlich. So würde ich es definieren. Und zu der Ehrlichkeit gehört halt auch, dass ich in meinem Fränkisch halt hin und wieder was sage, was anderen Menschen auf die Füße fällt. Aber ich prange es ja nicht an, ich sage nicht, du bist ein Depp oder so, sondern ich sage halt, das, was du tust, ist gerade nicht optimal. Deswegen ist das ja kein Depp. Aber das, was er tut, hat halt einfach eine Konsequenz in unserem Leben und die nenne ich einfach. Ob das jetzt eine Strategie ist, es ist mein Leben. Das ist ja wie. Alles ist eine Strategie. Ja, wahrscheinlich am Ende. Aber nur wenn es funktioniert. Nur wenn es funktioniert. Aber auch eine nicht funktionierende Strategie ist eine Strategie, leider. Eine schlechte halt. Eine schlechte Ergebnisse. Wenn du heute jetzt wieder 17, 18 wärst, gibt es irgendwie ein Thema, wo du sagst, die sind gerade besonders interessant, wenn du Gründen hörst oder so? Das ist geil, das fragt mich jeder. Ich habe ja schon ein paar Podcasts hinter mir, aber wenn du 18 wärst, würdest du was anderes machen oder kannst du Tipps mitgeben? Weil ich auch da sagen muss, ich habe natürlich diese Frage auch schon mal gestellt. Ich weiß gar nicht, ob er schon mal, aber du kriegst auch unterschiedliche Antworten. Ja, mit Sicherheit. Ist klar, jeder hat seinen eigenen Rucksack. Ich meine, du nimmst ja die Erfahrung, die du hast aus dem Rucksack deines Lebens und das ist halt bei jedem anders. Also, ich glaube, den besten Tipp, den ich jemandem geben kann, ist, egal in welchem Alter er ist, akzeptiere nicht, wenn jemand sagt, das ist nicht realistisch. Also, mein Leben ist nicht realistisch gewesen. Ich habe kein Abitur, ich habe Schuhe verkauft, Einzelhandelskaufmann. Also, ich glaube auch, dass das Leben nicht zwingend das mit mir vorhatte, was ich dann entschieden habe. Ich sage, es kommt immer so, wie man es will und wenn man viel dafür tut, kommt es so, wie du es wirklich willst. Und wenn jemand sagt, es ist nicht realistisch, dann hinterfrag einfach, warum sagt er das? In seinem Leben war es halt einfach noch nicht präsent und er hat es in seinem Leben halt nicht geschafft. Heißt aber noch lang nicht, dass du es in deinem Leben schaffst. Schau dir Elon Musk an. Sorry, es ist nicht realistisch, in Deutschland elektrische Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Was fährt jetzt durch die Straßen? Leider solche Elektroquitscher? Also, es ist halt so. Und deswegen, hör auf mit dem Quark. Und das ist auch egal, ob du 18, 19 oder vielleicht 45 bist oder 50. Wenn du etwas hast von dem an, das du glaubst, dann mach es zu deiner Realität. Hör auf, auf andere Menschen zu hören. Du hast ja auch recht viel, das ist ja vorhin erzählt, ihr seid an verschiedenen Unternehmen und Startups beteiligt. Worauf guckst du jetzt, wenn jetzt irgendwie eine Beteiligung im Raum steht? Gibt es gewisse Charakteristika, wo du sagst, also jemand, an dessen Firma wir uns beteiligen, muss so und so sein? Gibt es da irgendwie so eine Checklist? Es scheitert immer an den Gründern, wenn es scheitert, es scheitert nie an der Idee. Es scheitert immer an den Menschen, die eine Idee umsetzen. Also eine Idee kann noch so bekloppt sein, wenn du, ich bin wieder bei Elon, oder bei Apple. Ich meine, Apple ist ja, als Steve Jobs, das ist ja völlig bescheuert, was der da gebaut hat. Das ist ja eigentlich, das kann es gar nicht funktionieren. Aber es hat funktioniert, weil er einfach eine Maschine war und einfach umgesetzt hat. Also die, wie gesagt, es scheitert immer an den Gründern. Und deswegen gucken wir uns die Gründer ziemlich genau an oder halt auch die Unternehmen, in die wir investieren. Was ich aber als faktischen Partner hinterherlegen möchte, ist, die Leute sagen mir, ja, du brauchst keinen, ich habe noch nie einen Businessplan funktionieren sehen. Das liegt daran, weil Businesspläne meistens scheiße sind. Nicht, weil der Businessplan scheiße per se ist, sondern weil die Menschen sich nicht damit beschäftigen. Als Beispiel, du möchtest ein gewisses Produkt an den Markt bringen und sagst, das ist ein total geiles Produkt, braucht jeder. Businessplan sagt, jetzt verkaufen wir im ersten Jahr so und so viel, produzieren so und so viel, dann verkaufen wir so und so und so weiter und so fort. Und dann frage ich einfach, wie kommst du auf die Idee, dass die Grütze jeder braucht? Ja, das ist ein Problem. Sag, Moment, es ist dein Problem. Hast du wirklich kontrolliert, ob dieses Problem bei den anderen genauso auf dem Tisch liegt? Ja, habe ich. Super. Jetzt überleg dir mal Folgendes. Der hat ein Problem, das er gar noch nicht kennt, weil sein Leben bisher ja wundervoll funktioniert. Du hast jetzt erkannt, er hat ein Problem. Mag sein. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Was kannst du denn dazu beitragen, dass er erkennt, dass es ein Problem ist? Das ist schon die erste Hürde. Und dann kommt die zweite Hürde. Wie viele Menschen kannst du denn mit der Argumentationskette, die du gerade aufgebaut hast, um diesen einen Typen zu überzeugen, wie viele Menschen kannst du überzeugen? Und wie bringst du es raus? Wie machst du das, dass es skalierbar wird? Und dann fängt ein Businessplan an zu wirken, wenn du nämlich die Zahlen, die du da reinschreibst, mit irgendwas belegst, womit du dann auch wirklich am Ende zum Erfolg kommst. Weil es, nochmal, es wird am Ende daran scheitern, dass Menschen sagen, ich habe keinen Bock, meine Gewohnheit zu ändern. Du kannst die geilste Idee auf diesem Merkmal haben. Wenn die Leute keine Elektroautos kaufen, kaufen sie keine Elektroautos. Sie schauen Deutschland. Es ist ja, die Dinger sind schneller, theoretisch günstiger. Du kannst mehr Platz generieren, weil du einfach weniger Material innen drin brauchst. Du brauchst ja keinen Motor. In der Theorie ist es geil. Ich habe keinen Bock auf Elektro. Verstehst du? Ich fliege jetzt hier nach Juli zu Marte Riematz. Marte, liebe Grüße gehen raus. Wir kennen uns. Ich gucke mir den Riematz an. Er sagt, er muss viel dafür tun, dass ich die Kürze kaufe. Er kann mich reinsetzen. Ich weiß, er nimmt sich extra Zeit dafür, dass wir das sind. Aber trotzdem, es wird ambitioniert, weil für mich das Problem nicht relevant ist. Und daran werden dann Businesspläne interessant. Ob die funktionieren oder halt nicht. Man hat ja immer bisher gehört bei Businessplänen und so, du musst ein Problem lösen. Also immer, geh von einem Problem aus, such ein Problem, gesellschaftlich, wirtschaftlich, whatever, und löse dieses Problem. Und ich bin aber ganz bei dir, der sagt, das reicht nicht. Das reicht nicht. Was du machen musst, ist ein Nutzen stiften, sodass mir das Nutzen-Effekt immer was bringt. Du musst erst mal erklären, dass sie ein Problem haben. Das ist das Lustige an der Geschichte. Die meisten, die gehen ja, du baust die beste, keine Ahnung, Klobürste auf diesem Erdball. Die reinigt von allein die Toilette. Ich sage, du, ich habe eine Klobürste, die kostet 1,50 Euro, die kann ich reinhalten und kriege das selber hin. Verstehst du? Und dann soll ich dann 30 Euro zahlen, damit es elektrisch passt. Warum? Verstehst du? Das ist der normale Klage. Du machst die Hände dann sputzig und so. Ich mache mir beim Klobürsteputzen jetzt nie die Hände schmutzig. Was willst du denn von mir? Das ist so das Problem. Und wenn die Menschen sich da, also Gründer, ich glaube schon, wenn jemand wirklich die Passion hat und sich diese Passion auch aneignet, ein Unternehmen groß zu machen, dann wird er automatisch in dieses System fallen. Viele glauben aber halt, ich habe eine geile Idee, jetzt mache ich einen Businessplan, dann hole ich mir irgendeinen Investor und dann werde ich Multimilliardär. So viele Multimilliardäre kenne ich jetzt nicht, ich kenne ein paar, aber die sind an der Hand verlesen. Ich bin noch kein Multimilliardär. Ich glaube, dass wir ein Problem lösen gerade. Ich weiß, wohin mein Weg gehen wird und ich kenne auch meine Ziele, die ziemlich klar definiert sind. Aber ein paar Arbeiten muss ich auch noch machen. Und meine Businesspläne sind ziemlich gut durchgetaktet. Total. Ja, dann ist natürlich die Nixfrage, gibt es sowas auch schon, was man über Ideen hat. Wobei ich mich da an ein gutes Quote erinnere, dass der Dr. Joachim Horneger, also Präsident der FAU, der immer gesagt hat, hat gesagt, there is always place at the top. Weil man ja immer Angst hat davor, ich habe eine gute Idee, aber dieser Markt, der ist schon so voll mit geilen Sachen, da gehe ich gar nicht rein. Ja, aber das muss ich da reingehen. Ich sage, deswegen musst du reingehen. Das war damals wie Finanzdienstleistung. Weißt du, die haben alle gesagt zu mir, ja, es gibt doch so viele Finanzdienstleistungen. Du wirst, ich habe im Finanzdienstleistungssektor meine, also unsere Nische gefunden und die adaptiert auf die anderen Menschen. Damit davon profitieren die privaten Haushalte genauso wie die Unternehmenshaushalte. Hätte ich aber einen Markt gehabt mit Finanzdienstleistungen, wo keine Sau interessiert, hätte ich nicht so viele Kunden gewinnen können in der kurzen Zeit. Weil du musst dir überlegen, ich muss dir, Finanzdienstleistungen hat jeder gekannt. Ich habe eine Nuance drangesetzt. Ich musste also gar nicht mehr erklären, was Finanzdienstleistungen ist. Das ist ein riesiger Vorteil. Ein riesiger Vorteil. Wenn du etwas tust oder baust, das noch niemals einer gesehen hat, du musst mir überlegen, welche Argumentationsstrecken du da aufbauen musst. Also ein Markt, der voll ist, da gibt es auf jeden Fall Kunden. Und wenn du gut wirst, kannst du auch die Spitze von diesen Kunden werden. Wir nehmen mit, kein Markt ist zu voll und gute Businesspläne braucht das Land. Definitiv. Und Argumentationsketten. Das ist wahr, ja. Und bessere Politiker. Entschuldigung. Ja. Ich bekomme ja ganz oft in so Netzwerken und in Gesprächen mit anderen Menschen ganz oft so irgendwie so mal Ideen und Konzepte, Business Cases mit und so. Und manchmal schicken die mir die auch einfach, obwohl ich jetzt auch kein großer Investor oder Unternehmer bin. Ich bin jetzt irgendwie seit zwei Jahren als Unternehmer aktiv. aber es ist trotzdem interessant zu sehen, wie viele verschiedene Ideen das sind. Und letztens kam so eine richtig geile Anfrage an mich heran. Da dachte ich mir, eigentlich muss ich die mit in den Podcast nehmen. Und zwar hat jemand zu mir gesagt, hey, pass auf, du sprichst doch ständig mit erfolgreichen Menschen, die das irgendwie dieses Mal einschätzen können. Wie wäre es denn, wenn du meine Idee mal nimmst und die mal irgendwie live vorliest? Da habe ich mir überlegt, ist das cool oder nicht? Und dann dachte ich mir, und Startup-Gründerinnen und Gründer, egal in welcher Phase, ob es jetzt noch die Konzeptphase ist oder ob man schon ein Unternehmen hat, brauchen Unterstützung. Unterstützung ist ja schön, wenn man denen ein bisschen Sichtbarkeit geben kann. Und deswegen, mein lieber Jörg, hast du Glück, dass du jetzt, wenn du möchtest, jetzt hier so einen Blind-Pitch quasi mal bekommst und dann mal eine Live-Bewertung hier abgibst im Podcast. Bist du ready? Bist du ready? Und zwar, hallo, ich heiße Felix und bin Gründer von Mindlook. Mein Ziel ist es, Menschen dabei zu helfen, Achtsamkeit zu praktizieren und ihre mentale Gesundheit zu fördern. Früher führte ich ein ganz anderes Leben als DJ mit vielen wilden Party-Nächten. Nach meinem Studium bin ich auf eine längere Reise gegangen und habe durch Meditations- und Schweigeretreats meine Liebe zu Achtsamkeit und Meditation entdeckt. So, und jetzt der Business Case. Ich gründete daraufhin den Meditations-Podcast Mindlook, der heute über 100.000 Follower und über 15 Millionen Mal angehört wurde. In Co-Produktion habe ich ein Journal entwickelt, bei dem die Nutzer jeden Tag eine Meditation per QR-Code bekommen und folglich ihre Gedanken aufschreiben. Über eine Crowdfunding-Kampagne haben wir die ersten 22.000 Euro gesammelt und mehr als 700 Bücher im Vorverkauf vertrieben. Die erste Auflage ist mittlerweile ausverkauft und die zweite wurde bereits gedruckt. Aktuell stehen wir vor Herausforderungen, was die Positionierung auf dem Markt angeht und vielleicht auch schon die Erweiterung unseres Portfolios. Ganz zu schweigen von finanziellen Ressourcen, die immer ein Engpass sind. Wir haben noch viele weitere Ideen, doch auch hier fehlen uns einfach die Ressourcen für Vertrieb. Angesichts dieser Situation möchte ich wissen, auf welche Strategien sollen wir uns konzentrieren, um unser Wachstum effektiv zu fördern? Unser Journal kommt meiner Meinung nach gut an. Ab wann sollen wir unsere Produkte auf den Markt bringen? Wie können wir am besten die Leute im Loop halten, damit sie das aktuelle Journal weitermachen, wenn sie es durchhaben? Lass uns vielleicht auf die erste Frage, es waren viele Fragen, lass uns vielleicht mal auf die erste Frage konzentrieren. Welche Strategie? Also ich sehe hier eigentlich eine coole Marktlücke, eine coole Nische. Vielleicht etwas, das es auch nicht so oft schon gibt. Die Zahlen klingen am ersten Hören ja eigentlich ganz gut über Crowdfunding. Wenn du da 22.000 Euro einsammelst, ist das auch schon mal eine erste Frage. Die Frage ist, warum läuft es für 22.000 Euro im Crowdfunding? Na gut, nicht jeder hat. Nee, aber wenn ich jetzt in dem Bereich jetzt zum Beispiel, also 700 Bücher verkaufe zum Beispiel, ist die Frage, sind die kostenfrei verkauft worden? Also es ist ein Unterschied, ob ich was kostenfrei verkaufe oder ob ich was mit dem Wert belahe. Vom Grundsatz her, der Markt an sich ist hochspannend. Das Witzige ist, ich habe ein YouTube-Video, mein erstes YouTube-Video ging um Meditation. Weil ich meditiere jeden Tag. Ich stelle 4.30 Uhr auf, ich meditiere, ich mache sechs Uhr dann Sport. Und das ist eines der bestangesehensten Videos immer noch. Also die Menschen sind offen für solche Themen. Die Frage ist, was ich mir eher stelle, ist, was genau soll da jetzt verkauft werden? Also ein Mindset-Thema, das Meditier, ein Journey, das ich verkaufe und dann ein zweites Journey verkaufen will oder whatever. Also die, für mich ist es nicht klar genug, was da jetzt eigentlich rauskommen soll. Will ich irgendwas, ein Chip implementieren im Kopf von den Menschen, damit sie meditieren? Also ich habe noch keine, es ist nicht klar genug. Also man versucht hier, glaube ich, eher kein Produkt im klassischen Sinn, sondern man möchte ein Unternehmen aufbauen. Und das Unternehmen hat ein breit gefächertes Portfolio an allem, was sich irgendwie um das Thema Aufhänger-Meditation hängt. Und das wird interessant. Also es ist für einen Investor auch schwierig, also sowas da zu investieren, weil es keine klare Strategie in eine Richtung gibt. Zumindest ist das jetzt mein Gefühl. Okay, was du mir vorgelesen hast, du müsstest es vielleicht nochmal vorlesen, weil das war jetzt auch sehr schnell. Vom Grundsatz her, ja, ich würde da in die Empfehlung gehen, einfach mal klar zu überlegen, was willst du eigentlich? Also was, weil es wird zum Beispiel ganz am Anfang, hört sich total spannend an, ich war DJ, habe viele Nächte durchgewurschtelt und so und jetzt hast du für dich erkannt, du möchtest das nicht mehr. Wow. Super, freue ich mich für dich, aber vielleicht gibt es Menschen, die wollen das trotzdem. Es mag Menschen geben, die wollen das auch nicht, aber das ist dein persönliches Problem. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Du hast für dich erkannt, da gibt es ein Problem. Jetzt überzeug doch bitte mal andere Menschen davon, dass die das gleiche Problem haben. Das ist genau das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Und die Gefahr ist in solchen Momenten, dass man seine eigene Lebenswelt auf etwas stülpt, was andere kaufen sollen. Und die Menschen sagen, aber warum? Und wenn man so eine Situation hat, ich würde wirklich hinter jeder dieser Fragen ein Warum stellen. Also, warum denkst du gerade so? Und warum könnten die Menschen so denken? Also dieses Warum, das kleine Kinder machen, das ist ja nervt hündend. Für mich ist es die stärkste Frage der Welt, weil es alles beantwortet. Und wenn du auf das Warum eine klassische gute Frage hast, eine Antwort hast, dann wirst du auch da deinen Weg gehen in dem Bereich. Aber für einen Investor, also für mich wäre es jetzt nichts. Das wäre viel zu spannend. Ja, ja, ja. Also, ich meine, so ein Journal, so ein Buch irgendwie zu verlinken mit dem Podcast, der anscheinend gute Reichweiten hat, klingt jetzt im ersten Mal nicht schlecht. Aber verdienst du damit Geld? Verstehst du? Natürlich ist es. Schau mal, wenn du jetzt hier, Beispiel, ich sage, wir haben einen Podcast miteinander und ich sage, ich mache ein PDF, also ein Buch, weil meistens ist es ein PDF, was für ein mächtiges Buch hier. Die zehn Skills des Unternehmertums, wenn du diese zehn Skills einhältst, wirst du Multimillionär. Tausendfach geklickt, weil die Leute glauben, dass es ein einfacher Weg ist. Wenn ich das mit Geld hinterlade, also wenn es kostenfrei ist, Geld hinterlade es dann schon, dann fragen sie schon, Multimillionär, will ich das überhaupt? Warum kann der Kinzel mir erklären, ist das das, was der erzählt? Stimmt das denn überhaupt? Und dann sitzen sie da und überlegen, investiere ich die fünf Euro? Mache ich da 50 Euro draus? Dann ist die, okay, wo ist denn der schon aufgetreten? War der schon im Fernsehen? Hat der schon irgendwelche Amazon-Serien? Oder was ist denn da los mit dem? Und dann ist die Frage, wie valide ist denn so ein Verkauf? Also sprich, ist das, was du da reinschreibst, dann irgendwie für die Masse wirklich relevant mit einem gewissen Aufladen von Geld? Weil mit null Euro Invest ist das ganz leicht was zu vertreiben. Mit 500 Euro wird es dann schon knackig. Und du musst halt eine Größe haben, mit der du auch Geld verdienst und die Größe fängt halt irgendwo vielleicht dann bei so einem Produkt bei 50 vielleicht eher 500 Euro an. Das wird dann spannend. Ja, interessant. Was würdest du jetzt machen, wenn du so ein Journal verkaufen willst und sagst, ich habe hier irgendwie ein Buch mal produziert? Ich habe mir noch ein Buch geschrieben, weil ich sage, ich bin noch zu jung, um Bücher zu schreiben. Nein, ein Journal muss man ja dazu sagen, vielleicht zur Erklärung, falls irgendwie da draußen auch jemand nicht weiß, was das ist. Das ist ja quasi so, also der Sinn hinter diesem Produkt, ich habe auch eins zugeschickt bekommen, ist ja quasi zu sagen, du scannst da so einen QR-Code, kriegst in der Meditation und dann schreibst du deine Gedanken in dieses Journal auf, wie so ein Tagebuch quasi. Und das ist jetzt quasi so ein Journal an sich. Mein Coach, also wir haben Psychologen in der Firma, ich habe zwei beste Freunde, der eine hat uns vor einem Podcast gestört, das ist mein Vorstandskollege und der andere ist mein Coach. Der ist Psychologe und hat auch so ein Journal und das war total spannend, weil die Leute da, der hat genau das Problem gehabt, der hat das umsonst, hat das nicht ein Wollernett und dann hat Geld und dann war aber sehr viel Auflage und bei Amazon ist das gut gelaufen, aber Geld hat ja keins verdient damit. Und ich muss kurz nochmal zurück, war die Frage jetzt, wie würde ich das machen oder was würde ich ihm raten? Wenn du das wärst. Wenn ich das wäre. Wenn das deine Idee wäre. Ich würde das nicht machen. Nicht mal? Also, ich habe zum Beispiel auch, wir haben, Jörg Hinzel Backstage heißt das, das ist so ein so ein Online-Programm. Ich habe mich da wahnsinnig lang dagegen gewehrt, weil ich sage, oh Gott, fuck ey. Warum? Aber die Leute wollen es halt, die wollen so Bedienungsanleitungen haben und da sind echt viele Leute drin. Das kostet auch nicht viel. Das kostet 189 Euro im Monat. Ich glaube schon. Ohne jetzt, ich soll keine Werbung sein. Ich will das bloß jetzt versuchen zu erklären. Aber ich bewerbe das nicht. Das ist was, das ist kein Produkt im klassischen Sinn. Das ist der Niederschrift deines Kopfes. Klar, wenn du Bestsellerautor bist und irgendwie dann eine unglaublich tolle Lebensgeschichte hast und so dein Lebenswerk wird dann Helmut Schmidt oder was der Kai was, aber das sind wir halt alle noch ein bisschen weit weg von. Also ich würde das so, würde ich das glaube ich nicht machen. Also man versucht damit im Endeffekt Menschen zu fangen, die eigentlich gar nichts für dein Produkt zahlen wollen. Und dann versuchst du ihr ein Produkt zu verkaufen, was dann im Endeffekt was kosten soll. Und dann fragen die sich wieder warum. Quasi wie so eine Errorleistung. Gibt es irgendwas, was du trotzdem ihm jetzt raten würdest? Ja. Dem Felix? Weil ich meine, das sagst du wirklich nicht machen. Nee Felix, sei mir nicht böse, dass ich jetzt so deutlich bin, aber es bringt ja nichts, wenn ich jetzt irgendwie sage, boah, geile Idee ist jetzt um und dann bist du in drei Jahren pleite. Das bringt ja nichts. Also ich glaube, dass man ja mit dem, was man gemacht hat, hat er ja schon offensichtlich viel geschaffen, weil er erreicht Reichweite und er hat ja auch Geld offensichtlich damit verdient, so wie ich es verstanden habe. Ich würde es ein bisschen konkretisieren einfach. Ich würde einfach diese Idee, die nicht schlecht ist und die auch ein Zeitgeist trifft und auch Menschen treffen kann. Ich würde mir überlegen, wie treffe ich die einfach häufiger und ich würde es etwas konkretisierter machen. Die Menschen brauchen konkrete Themen. Es ist lustig, dass ich meditiere und dann meine Gedanken in dieses Buch schreiben kann. damit wirst du aber nicht reich. Also brauchst du eine Idee, wenn du es dir willst, reich zu sein, aber offensichtlich, weil sonst würde er nicht pitchen. Damit brauchst du eine Idee, die greifbar ist, die den Menschen ein, sagen wir mal, ein gut verkauftes Problem, wie wir es vorhin hatten. Du hast das Problem aufgezeigt, jetzt musst du es verkaufen. Und du musst aber auch mal, du musst wirklich mal dir überlegen, was ist denn eigentlich deine Zielgruppe? Sind es wirklich die Abgerutschten, die einfach genauso ihr Leben ändern wollten wie du? Oder ist es vielleicht sogar eine breitere Masse? Zum Beispiel das Produkt für Unternehmer, ein Brett. Weil die meisten Unternehmer fragen mich, du hast keine Zeit und stehst um 4.30 Uhr auf, wie machst du es denn? Sieben Stunden schlafen? Ich würde auch gerne meditieren, weil ich weiß, es hilft mir in meinem Leben. Und die würden auch Geld dafür zahlen. Ich habe in einem Podcast mal, Uli Niedersteiner, der hat eigentlich eine Kaffee-Rösterei und macht, also ein großer Kaffee-Röster, ein privater großer Kaffee-Röster, Kunde von uns, Uli, liebe Grüße. Und mit dem habe ich einen Podcast gemacht über Meditation, weil der Meditationsseminar da anbietet. Wir folgen ja oder hören ja mehr Unternehmer zu. Zwei Tage später war das Ding rappellvoll. Und die haben richtig Geld dafür gezahlt. Ich finde es toll. Und das würde ich ihm empfehlen. Also ich würde mir gucken, was die Zielgruppe, die ganz spitz zugehend, und dann diese Zielgruppe überlegen, wie ich die genau anspreche und vor allem, was ist denn das Ziel hinter all dem, was da erzählt wird? Was soll das denn werden für einen Ball, der da rumschwirrt und kreucht und fleucht. Und dann ist es schon auch ein Thema, wo man sagt, kannst du erfolgreich sein damit? Sehr erfolgreich. Kenne ich auch Beispiele, also unabhängig. Das ist doch ganz versöhnliches Feedback jetzt. Nein, das ist ja auch keine schlechte Idee. Cool, cool, cool. Ja, Felix, wenn du das jetzt hörst bald, dann auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin. Sag ihm liebe Grüße von mir. Ja, mache ich. Mache ich gerne. Ich hoffe, er hört das. Und wer weiß, vielleicht fliegen ja noch ein paar Pitches jetzt in den kommenden Folgen noch mit rein. Sehr, sehr gerne. Ich finde es eigentlich cool. Echt, das ist wirklich eine coole Idee. Weil jeder Unternehmer da eine Antwort. Ich schwöre dir, wenn hier zehn Unternehmer sitzen, würden wir das zehn unterschiedliche Antworten kriegen. Das denke ich mir nämlich. Und das ist das Geile dran. Und keine ist richtig oder falsch. Das ist aus einem eigenen Rucksack sucht man sich dann das aus und ich finde es eine coole Idee. Mega, mega. Danke dir. Ja, mal schauen. Vielleicht etabliere ich das als feste Rubrik. Jörg, jetzt kommen wir langsam zum Ende vom Podcast. Da haben wir ja eine Weile geplaudert. Und wie es immer bei mir im Podcast so ist, am Ende eine Quote of the Day nennt sich diese schöne Rubrik. Und wie immer, die letzten Worte bei diesem Podcast sind deine. Großer Gott. Ich habe mir am Anfang sagen lassen, ich soll mir sowas überlegen, was ist so ein Spruch oder sowas von meinem Leben hier mit einstellt. Es darf ein Zitat sein, es darf eine Geschichte aus deinem Leben sein, wenn du sagst einfach, das ist zum Abschluss dieses Podcast einfach nochmal so eine schöne Geschichte. Ich habe auf meinem linken Bein stehen, es gibt nur einen richtigen Weg deinen eigenen. Und ich glaube, die Menschen müssen diesen, also das versteht jeder, aber jeder anders. Und wenn du jetzt für dich sagst, okay, der Kinsel sagt, ich muss mit dem Kopf durch die Wand, weil das mein Lebensweg ist, dann sage ich dir, nein, nein, nein. Es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen. Völlig richtig, weil du dich nicht verschieben darfst und du solltest nach Möglichkeit die Rolle, in der du bist, auch so ausfüllen, dass andere Menschen damit was anfangen können. Aber sei dir einfach bewusst, dass du alleine gar nichts schaffst. Nichts, gar nichts. Du brauchst Menschen, die mit dir zusammen versuchen, etwas zu bewegen. Dann baust du Unternehmen auf und wirst groß. Dann bist du auch in der Lage, Unternehmen zu führen. Und nichtsdestotrotz, wenn dann die Frage kommt, wie dein Leben zu gestalten ist und wie du dein Leben führen sollst, ob das durch materielle Dinge sind oder durch andere Dinge, spirituell oder was auch immer, es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen. Da darfst du dich nicht verlieren. Und derjenige, der das hinbekommt, der wird nicht nur kurzfristig eine Sternschnuppe sein, sondern auf lange Sicht erfolgreich. Danke dir. In dem Sinne, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal bei der Storywelt. Ich bin euer Horst Alman. Danke. Ciao, ciao. 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 Ciao.